Und, äh, wir werden halt nicht mehr verfahren, ne. Eben lang. Mann, was ein scheiß langer Weg, ey. Das scheiß Nether, ne? Weil es halt so krass viele Ebenen gibt. Ja. Weil halt alles aus purem fucking Netherwreck besteht. Wie viel Level hast du jetzt? Voll eintönig. 19 hab ich noch. Fast 20. Okay. Das ist jetzt nicht mehr so viel. Äh, ja. So, ich hier rechts jetzt lang. Hard am Verzaubern, die Roxorianer. Ja gut, klar. Aber wir haben ja unsere Sachen schon, ne. Verzaubert. Ja. Wie gesagt, die Boots fehlen mir noch. Da hab ich nur Protection 1. Also ich glaub, das ist trotzdem noch hart im Vorteil. Wie weit sind wir entfernt von unserer Base? Nicht weit, das ist nicht weit. Seid ihr schon draußen? Ja, jetzt bin ich draußen. Es ist neben der Gegner Base. Ja, ja. Die Gegner Base war ja auch... Ah, Rotowald. Ist auch nicht weit weg gewesen. Passt auf, wir sind echt überall auf Skelette und so. Ah, scheiße, ey. The fucking, Mann. Ohne Witz. Okay. Jetzt ist es nett, verfolgt euch übrigens. Ich weiß, nein, nicht euch, mich wahrscheinlich. Es frät schon draußen. Nein, ich hab meinen Trank geworfen. Wow. Nein, da kam überhaupt nichts raus. Es ist zum Kotzen, ey. Mit Nacht ist es auch zum Kotzen. Ich buddel mich jetzt ein, ey. Ohne Scheiße. Ja, warum läufst du denn? Was ist denn daran so schwer jetzt? Ja, ist doch scheiße. Natürlich ist es scheiße. Was willst du machen? Ja. Wollen wir die Folge nicht lieber Fred heult rum, denn? Ja, dann bleibt doch auch bei mir jetzt. Ich höre jetzt Monster und bin eingebuddelt. Toll. Ich habe keine Fackeln. Geil. Es sieht aber von außen schon relativ witzig aus, weil ich kann ja durch die Welt durchgucken. Das ist schon sehr geil auf jeden Fall. Das ist ziemlich witzig einfach. Nee, wenn du raus, also das Ding ist halt, ja. Also wenn du raus gehst, ich kann mir auch gar keinen Ofen bauen, das ist auch noch geiler. Wenn du direkt raus gehst und einfach in die Richtung rennst von unserer Heimat, dann, weißt du nicht, dürfte dir eigentlich so passieren. Ja, ein Monster ist nahe über dir, ja. Aber du hast noch Tränke, was dann daran so schwer dir einfach zu benutzen, dann? Ich habe den geworfen und es ist nichts passiert. Du musst ihn direkt unter dich werfen. Nee, wenn du bist, der singt aber, dass es zweimal zweifelt, was er einbuddeln, meinte er, ja. Also du musst ihn direkt unter dich werfen, wenn du den vor dich wirfst, oder sowas zu spät. Ja, jetzt als Tipp fürs nächste Mal. So, wünschen da, glaube ich. Wo ist das Monster? Das ist nicht da, wo du bist. Du kannst es eigentlich rausgehen. Welche Richtung muss ich denn jetzt? Nach vorne, in die Richtung, genau in die Richtung, wo du gerade durch dich hochgekommen hast. Etwas rechts halten, genau. Und dann ein bisschen links halten. Also einfach so quasi über das Wasser drüber. Und dann in Richtung, ja. Was sind die Koordinaten? Bin da. Genau, hier drüber, die rechte Straight. Und dann. Gut, gegen den Zombie kämpfen wirst du ja wohl können noch. Hinter dir ist ein Skelett, aber das hilft dich nicht. Okay, ein bisschen, ja genau. So. So, haben wir noch ein bisschen Iron hier, oder ist das alles weg? Alles weg, natürlich. Wir haben die Obsidian geformt. Wenn du dich jetzt hier einfach an diesem Fluss entlang hältst, dann dürftest du einfach rauskommen auch. Du musst aufpassen, hier rechts oben auf dem Berg sind Skelette und Zombies und genau hier. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist gar nicht gut. Scheiße, überall sind die Viecher. Creeper. Boah, wie er den weggesnackt hat, habt ihr das gesehen, ey. Blazewords brauchen wir nicht mehr, ne, Floschi? Ne, eigentlich nicht, ja. Jetzt hat der alle Crafting Stable hier mitgenommen. Oh mein Gott, rast aus, ey. Soll ich kein Holz mehr gehen? Ja, hier ist noch einer. Ja, bist aber, bist aber gleich da. Also hier noch drüber und dann noch ein Stück rein raus. Ah, ey, immer diese Scheiße mit den Portalen, ey. Ohne Witz. Ist nicht einfach, ist das, dass man ja das in dem Portal rauskommt, wo man auch reingeht. Hey, hört mal ganz kurz zu. Soll ich die Blazewords jetzt zu dem Powder verarbeiten? Was kann man denn jetzt machen? Ne, die Powder brauchst du für die Ender-Augen. Ja, wir müssen ja immer noch zurück in den Lesser. Naja, aber ich will das nicht über den Punkt freuen. Also ich werde jetzt zu den Augen verarbeiten, also zu dem Powder. Ja. Wir brauchen die nicht mehr. So, verarbeitet. Also jetzt brauchen wir Ender-Augen. Jetzt müssen wir Ender-Jagen. Warte mal eben. Aber ihr müsst euch trotzdem noch immer Heildrenke noch gut herstellen. Hattest du mich noch besser? Weil... Ne, Fred, du hattest, du hattest, Hattest du schon sechs Stück gemacht? Ja. Okay. Dann werden wir mich einfach mal ein paar neue machen. Habt ihr noch genug Zutaten dafür? Eigentlich schon, oder? Ja, klar, haben wir. Machen wir nochmal drei neue. Habt ihr noch genug Gorsch? Ja, gut, Gorsch. Ja, ja, schon mehr als genug. Nein, hab ich wieder einen geworfen! Es ist zum Kotzen. Was machst denn du? Mann, ey, ja, den hab ich immer in der Scheißleiste drin. Ja, dann... What the fuck, ey. Nein, es ist zum Kotzen, ey. Mann. Du kriegst keine Tränke mehr, gibt das jetzt. Ich brauch auch keinen von so einem Scheiß-Tränke, ey. Wie viele Leute angepisst sind, Jungs. Du hast den falsch gemacht. Habe ich Blut. Was hab ich falsch gemacht? Ja, da darf kein Glowstone rein, sondern Netherwarze muss da rein. Netherwarze? Ja. Netherwarze ist erst mal Grundsache für einen Trank. Pack die Tränke jetzt aus der Schnellleiste raus, ey. Das ist ja zum Kotzen, ey. Ja, pack die ersten in die Schnellleiste, wenn du irgendwie im Kampf bist oder so. Wie kannst du die ganze Zeit benutzen? Ich hatte Rechtsklick gemacht und hab den geworfen, den Scheiß. Dann nimm den doch nicht in die Hand. Ich hab doch nicht drauf geachtet, ob deine Hand ist. Ja, nur eh genug. Im Grunde ist egal, aber es ist halt so ärgerlich. Das riecht nicht auf. So, und jetzt kommt hier Glowstone rein, oder was? Nein. Jetzt kommt erstmal die Melon rein. Kommt die Melone rein. Oh mein Gott, was ist das für eine Scheiße, ey. Was ist das eigentlich los mit euch? Wah, scheiße. Wahne, scheiße. Kacke. Da haben wirklich diese scheiß Nethergates hier durch müssen. Ja, das ist echt nervig. Alles von uns weg, was wir gefahren hatten, die komplette Kacke hier. Das Nethergap ist immer kacke. Die nerven die ganze Zeit. Die Kacke ist doch kacke, ey, Mann. So, jetzt habt ihr hier die Potion of Healing, dann macht ihr mal wieder Glowstone ein bisschen geilen Shit rein. Glowstone. Glowstone. Ich kann das nur nicht konsumieren. Das ist, ich kann das nur nicht konsumieren. Ich hab einen Gunpowder mit Meta, oder hast du? Und Jungs, macht euch gleich noch, macht euch jetzt am besten sechs oder neun oder zwölf oder sechsten Paar. Ich hab noch drei mit Meta. Ja, dann gib mir doch, nee, warte mal. Dir? Warum dir? Du hast einen Gunpowder rein, oder was? Warte mal eben kurz, wir müssen uns was gucken. Ich fände es übel episch, wenn man so mit 20 Hilfbränken irgendwie einen Typ wiederbeleben könnte, so, also wenn wir es als Regel hätten, weißt du, so. Nee. Fände ich irgendwie cool. So, fertig, jetzt haben wir das. Äh, Schwert brauche ich ja nicht zu verzaubern eigentlich, oder? Eigentlich nicht, naja. Wobei gegen die. Ich bin auch so ein Trottel, ey. Ich mache alles falsch heute. Ich mache alles heute, was man falsch macht. Das erste, hau mal den Netherwater rein. So, Schutz drei. Das Armbrus ist schon voll mitgenommen, ey. Ey, Kollege, Nether, was? Der geht bald kaputt. Was, ein Armbrus geht kaputt? Ja. Ja, was? Du siehst doch, oben drauf ist doch so ein bisschen an kaputt. Ich habe jetzt Schutz drei auf den Helm, Schutz drei auf der Hose und Schutz zwei auf den Schuh. Aber wir haben keine Eisen mehr hier, ist doch schade. Oh, so übel hat die Füße. Du bist ja auch so schlecht gefarmt. Soll ich jetzt kein Bock habe, Eisen zu farmen? Nein. Na, wir hatten vorher genug Eisen bestimmt. Ja, da muss man ja überlegen, wie viel da drauf geht. Oder du hättest ja einfach mal die drei Chestplates machen müssen. Vielleicht brauchen wir sie ja noch. Gib deine Diamante her, wenn du deine Iron Chestplate haben willst. Nein. Ich dachte, wir brauchen die noch. Wo hast du überhaupt die ganzen Trinkingen getan? Im Inventar. Ja, gib mir mal ein paar ab. Du brauchst doch selber gerade welche. Ich habe nur einen. Und, du hast doch zwei weggebrochen, das ist doch nicht meine Schuld. Oh, ey. Wie erkennt du einen, du Katze, ey. Nein, lass, ich habe ja jetzt hier drei noch. Ah, erst der Kistron und dann nach. Gib mir mal den Glowstone, bitte. Ah, leck mich. Warum nimmst du den noch auf, du Idiot? Ja, warum nimmst du den Nesser, macht's denn mit? Sei ruhig, Larschisch. Max, tut mir voll leid. Er kennt doch ja nicht, dass wir uns immer so anschnautzen. Das ist doch kacke, ey. Was soll denn das? Ich habe hier so eine geile Perspektive gerade mit diesem VFOV da, diese komische Ansicht da. Das ist echt voll sexuell, ohne Witz. Geh mal gucken, was die wieder machen, was sie für einen Unsinn machen. Soll ich gehen, oder was? Nein, sag mich nicht, ohne... Nö, ich disconnecte mich jetzt, mir egal. Petzlfried, so ein neuer Spitzname, der Petzlfried. Geh gleich auf, ey. Oh, Mann, freet ihr jetzt, ey. Oh, Mann, freet ihr jetzt, ey. Wer dann geht auch Eisen fahren, ist doch total einfach zu holen. Wenn du in der Zeit, die, wenn du in der Zeit die Ender, äh, die, die Blaze Rods holst, gerne. Ja, war das eine total gute Art. Ne, dann geh du die Blaze Rods ja nicht geeisernen, okay? Ich hole jetzt Eisen. Ja, jetzt, jetzt will er nicht mehr jetzt. Das ist ein Affe, ey. Wir brauchen unbedingt Eisen. Ach, sag bloß. Ja, nehmt doch Eisen aus der Kiste. Hast du noch was da? Ja, welche Kiste denn? Da ist nichts mehr. Halt die Fresse, Flauschen. Da ist nichts mehr. Ja, aber wir hatten noch... Ja, Flauschen, dann guckt doch mal. Habt ihr, habt ihr... Ja, habt ihr nicht aus dem Screenshot, den ich vorhin geschickt habe? Das Eisen, was da... Ich weiß nicht, was da... Ich hab das nicht gemacht, ich hab nix gecheatet. Fred vertraut. Ja. Ja, hast du alles, was in der Kiste war? Ja. Oh mein Gott. Okay. Ey, und scheiß, das macht so... Überhaupt keine... Ich hab auch keine Fackeln, ey. Nein. Ja, warte, ich geb dir welche. Ich hab auch keine Fackeln. Bitches. Aber bei denen dauert es auch noch ein bisschen, glaube ich, bis die... ...ins End kommen, also... Ihr braucht euch da eigentlich echt keinen Stress an. Ja, wir müssen auch noch Scheiß-Ende-Augen sammeln. Ja, klar. Genauso öde ohne Ende. Ich hab Eisen. Geil. Ah, geil. Geil auch. Total erotisch. Wofür brauchen wir das jetzt alles? Für... Ich brauch Boots noch, Boots brauch ich noch. Ich brauch nen Spitzhacken noch. Ja, stimmt, ich hab auch nur noch eine. Und die ist auch schon... Na, ein bisschen angefragt jetzt. Meine Frisse. Hast du Holz dabei? Ne. Wir haben kein Holz. Doch. Wir haben einiges noch in der Kiste. Ja, naja, ich hab mal einen Diamanten gefunden. Ich weiß nicht, ob die so sinnvoll sind. Echt? Mit? Ne, weiß ich, lass die liegen, weil die Erfahrung total unwertvoll ist. Da kann ich mir nämlich die Chestplate noch verzaubern. Ne, tu nicht. Das ist meine Chestplate erst mal. Ich hab die auch noch auf Null. Die verzaubert aber auch immer noch, ey. Mann, Mann. Also, aber ich hab's noch eins. Ich kenn auch, dass du die ganze Erfahrung kriegst hier. Bestimmt mega viel Diamanten, die sich da wechseln. Ich will nur nix sagen. Kohle. Ja gut, das sind ja auch Diamanten, ne? Eisensamme. So gesehen sind Kohle durchaus Diamanten, wenn du die jetzt noch ein paar Jahre liegen lässt. Gepresst. Gepresst. Du kannst ja drauf sitzen. Ja. So, ich baue mir jetzt zwei Spitzhacken, der da kann, der kriegt nix. War klar. Und die Alltränke unbedingt aus dem Inventar raus. Warum? Du musst sie nicht mal aus dem Inventar raus machen. Ja, aus der Schnellleiste. Nein, die hab ich da auch drauf. Fünf Stück hab ich noch in der Tasche. Fünf Tränke. Ich hab die auch auf der Schnellleiste drauf. Auf Platz sieben. Sechs, sieben. Platz sieben. Weißt du nicht, wie du spielst? Platz sechs, sieben spielst. Die Tränke, die Tränke, die Tränke, die Tränke, die Tränke, auf Platz sieben. Kommentiert mal bitte alle unter Dankhatter das Video, Hashtag Halt die Fresse. Nee, Hashtag Halt die Fresse, Darkhatter. Leute, ich nehme mal ein Zombie. Darkhatter hat fünf Pfeilpotions in der Hand. Hat sie mal fünf. Hat Angst vor Zombie. Und ich fiss dir kein Eis, was ist das für eine Scheiße? Ah, der eskaliert irgendwann komplett, ey. Ich hau dir gleich ein. Wo sind die Samen denn hin? Die hätten wir aber auf jeden Fall noch. Welche Samen denn? Die ganz normalen Samen. Für die Jünger. Ja, die haben wir auch. 16 oder so, die haben wir auf jeden Fall gehabt. Ja, gib mir mal ein Weg. Ja, alles weg. Was denn sonst, ey? Was? Max. Ich heiße Max. Du bist ein Knacks. Moment. Warum ist hier kein verdammtes Eisen? Ich hab' ich gehabt, tausend Blöcke Richtung Norden gegraben, nix an Eisen. Ich hab' auf jeden Fall schon was. Wäre das das Megaporno, wenn irgendwo unter uns direkt die Dings wäre? Das ist das Ende Portal. Was? Was? Alles gut. Alles gut im Hut. Oh, die hat gefickt. So, da kannte er Schnitzel. Was brauchst du? Schuhe? Ja, und ne Spitzsack. Ich hab' gleich kaputt. Ja, wär' gut, wenn du auch mal ein bisschen Eisen noch mitbringst, ne? Wenn du die Bumsen lässt, dann wäre ich auch ein bisschen erfahren. Ich hab' da gesagt, ich hab' hier kein Eisen mehr gefunden. Nee, ist nichts. Alles gut. Da hab' ich grad' tausend Blöcke Richtung, keine Ahnung was, und nix an Eisen. Nichts, wirklich nichts. Nulles hier. Über La-Gott, oh Gott. Tritt er total. La-Gott. Nee, war La aber nur gewesen. Alles in Ordnung. Also, Jungs, was ist denn euer Plan jetzt? Wollt ihr jetzt Ender? Wir gehen gleich in den Nether und holen die Blaze-Rods. Ja, wollt ihr das echt jetzt schon machen? Ja, ja. Ja, was wollen wir denn sonst machen? Ja, nachts halt rausgehen und nach Ender-Augen nach Ender-Appeln. Du kannst nicht am Nachbarn auch mal... Eins von beiden müssen wir sowieso machen. Ne? Ne, wir sollten zuerst mal die Blaze-Dinger holen, das ist erstmal für mich wichtiger. Ja, ging auch. Ja. Aber es wird halt auch gleich wieder dunkel draußen, ne? Deswegen nachts... Du geht's denn jetzt hoch, ey? Meine Fresse. Aber für... Ja, hm, ja. Ihr braucht halt echt... Am geilsten werden halt echt richtig pornöse Schwerter. So Diamantschwerter-Pornöse, weil... Dann könnt ihr diese Enderman halt halt hart ficken kurz, ne? Wir haben noch 16 Diamanten in der Truhe. So. Er hat auch noch... Wieviel hast du gefunden da, Kanter? Sechs. Ja. Hä? Wir hatten ja 16... Wir hatten ja 16... Wir hatten ja 16... Wir hatten ja 16... Die haben 8 in der Truhe. Ne, ich hab ja 16... 8 rausgenommen. Achso, ok. Also meinst du, es würde jetzt Sinn machen, das Schwer zu verzaubern? Also wenn das... Also... Also auf jeden Fall. Also umso schneller das so ein Viech taum bekommt, umso besser. Weil nach jedem Schlag teleportieren die sich ja weg. Mein Schwerter ist ein bisschen angeschlagen, das ist schon mal schlecht, aber... Ähm... Gib mal auch mal ein Schwerter machen. Haltbarkeit, Scheiße, das bringt natürlich gar nichts. Am besten ist... Nur so als Tipp... Für das End... Für das End ist am besten ein Schwert, was Feuer hat. Weil wenn du die mit Feuer anzündest, dann teleportieren sie sofort weg und bleiben auch weg. Was? Was brauchen wir? Du brauchst jetzt... Leg mal dein Schwert rein. Hab ich. Was kommt raus? Ja, was brauchen wir? Stärke. Stärke oder sowas. Unbreaking 1 und Fire Aspect 1. Mach mal Fire Aspect, bitte. Was brauche ich denn dafür? 15 Level 1, Lapis. Gib mal hell hier. Das ist scheiße, alles der Rest. Ich hab jetzt Fire Aspect 1. Das ist gut. Leg mal meins bitte rein. Ja, warte. Gib her. Hast du noch Lapis? Äh, ich hab hier vorne noch was liegen, ja. Ich hab sogar noch ein Diamantschwert. Warte, warte. Was brauchst du? Das ist von ihm noch, ne? Ja. Unbreaking Bonus. Er ist einfach Käser, das ganze Zeug. Ja, das ist gleich. Warte, warte. Ja. Okay, warte. Ich glaube, ich muss das rauslegen. Ich hab irgendwie zweimal das gleiche gehabt bei den Schwertern. Ich glaube, das war deins. Ja, ich hab, ich weiß es nicht, weil ich mit meinem Schwert machen soll, ehrlich gesagt. Na ja, ich auch nicht. Das beide hat, genau die, die beiden Schwert haben genau das gleiche. Ich baue auf jeden Fall jetzt noch mal das. Na ja, wir hätten noch so viel Holz. Ach hier. Ja, das ist doch. Ähm. Ähm. Ich baue auf jeden Fall jetzt noch eine Spitzhacke. Ne, und deine, wie brauchst du eins? Ich hab einen Iron Boot, ich brauch noch ein paar mehr. Ja, falls du noch ein paar mehr hast, dann überher damit. Das hab ich noch. Ich baue mir jetzt auf jeden Fall erstmal eine Spitzhacke aus Diamant. Damit die man das länger hat. So, ich sag mal, ob ich Protection kriege. Immer ist das Inventar voll. Doch, Protection 3 würde ich kriegen mit 30 Leveln, aber. Ja. Hab ich nicht. Hast du mal ein paar Boots? Das ist echt krass, wie nah wir eigentlich nebeneinander leben, hä. Wenn man so von oben rüber fliegt, ist das echt voll nah. Also, dass wir uns dann nie in die Quelle gekommen sind bis jetzt. Hast du mal ein paar Boots? Ja. Oder das Eisen. Ja. Danke dir. Hast du noch eins? Ich hab glaub ich mein Diamant Speck gerade weggebrochen, oder? Ne, hab ich nicht. Was hast du gerade gekriegt? Du brauchst noch ein paar. Guck mal, was das bringt. Das ist ja wieder so ne Sche... Ich hab das Gefühl, das ist immer das gleiche mal. Ach, wir müssen mal die Dinger abbauen. Warte mal. Bauen wir die Dinger hier ab. Nein, das ist doch egal. Ja, wir brauchen nicht die 30er Level Dinger. Ist doch egal. Wenn die da sind. Ja, wieso jetzt? Ja, warum? Ich hab jetzt ne 30er Level. Das brauch ich gar nicht. Ich brauch mehr Kleider. Doch egal. Ja, die kriegst du doch auch. Egal, das hängt doch oft ab wie viel du da reinlegst. Verarsche. Ich brauch bei meinen Iron Boots, ich hab grad 6, 11 und 30. Ja, wenn du die abbaust, hast du dann irgendwie 5, 2 und 1 oder sowas. Ja, eben. Ja, das ist schon besser, ja. Ja, ich weiß nicht, was der grad labert. Puh. Wissst du, jetzt sag ich mal nämlich Protection 1. Das hat er doch selber vorgeschlagen, in der, keine Ahnung, ersten Folge oder so gefühlt. Ja, aber du ja gesagt hast, du wolltest doch Level 30 verzaubern. Nein, hab ich doch vorhin im Nasa gesagt nicht mehr. Ja, mir sind die da... Ja. Jetzt hab ich doch schon nur noch Scheiße. Ich glaub, die gehen raus auf Enderman-Suche. Ja, dann lassen sie das auch mal machen. Ja, ich hab Iron Protection jetzt hier... Wobei, die lassen sich Blaze Rods farmen, oder? Ja, also das mein ich ja gerade. Blaze Rods. Aber nehmt irgendwie bei Instant Heal Potions mit, ne? Ja, ja. Ich hab 5 Stück jetzt. Ich hab... Na, was ist denn Instant? Ist das Splash? Ja, Splash. Ja, dann hab ich 5 Stück dabei auch noch. Ich sag halt Instant, weil es halt direkt dann nebenwider komplett aufhört. Na dann, Fred, ähm... Warte, da hab ich noch was. Und die Tränke nicht vor euch werfen, einfach direkt unter euch auf den Boden werfen. Ja, ich war ja so blöd und hab das falsch gemacht. Kann ich mir die Diamantsspitzecke mitnehmen? Oder brauchen wir die? Hä, welche Diamantsspitzecke? Lack da drinne. Den hab ich mir jetzt einfach genommen. Kannst du mir die mal geben? Ne. Bitte gib mal wieder. Das hat jetzt eben gebaut. Hier. Hast du doch gerne gefällt, welche Diamantsspitzecke? Ja, nimm dir das Eisenbau dir noch irgendwelche. Haben wir noch Sticks? Ja, warte. Ah ja, hier hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. So, Fackeln hab ich jetzt. Ein paar Stacks, das muss auf jeden Fall auch reichen. Mach auch ein bisschen was zu futtern. Äh, Holz nehm ich mir noch mit. Habe ich eine verdammte Wasserflasche dabei? Weg damit. Pfeile hab ich auch erstmal genug. Axt hab ich auch noch dabei, ist okay. Verdammte Axt. Oh ja. Gut. Warte mal, vielleicht brauch ich noch was zu essen. Aber ich, äh, ja, mach mal. Ich geh mal irgendwie ganz kurz pinkeln, weil ich muss total, äh, kannst ja gerne schon mal reingehen, aber ich komm dann nach. Äh, Max, dann bist du mal die Netherfestung dann ganz einfach, ne? So, kurz nach. Ja. Oder? Was mach ich? Die Netherfestung, was? In die Netherfestung, dann. Okay, nochmal. In die Netherfestung rein. Ja. Ja, genau, ne? Ja, ja, ja. Würde am meisten Sinn machen, ja. Ah, jetzt beginnt das mit dem Besuch hier wieder los, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Das, jetzt, jetzt kommt so eigentlich dieser nervigste Teil. Es ist immer dieses, man kann's vergleichen mit irgendeinem Game, wo dann die Levels zum Schluss ein bisschen nervig werden, um zum Ziel zu kommen. Also dieses Enderperlen suchen und dieses, ähm, ja, Blazewalds töten. Wie viel brauchen wir? Ähm, wir brauchen, also wir brauchen für das Portal. Fünfte und fürs Portal. Fürs Portal brauchen wir zwölf, genau. Zwölf. Und dann halt eben zum Suchen. Also ich würde schon mindestens neunzehn... Wobei du ja überlegen musst, du kriegst ja aus einem Blaze, kriegst du wieviel raus? Puh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hat Dark erfohlen, alle. Ich glaub zwei, Minimum. Ja, ich denk mal zwei, ja. Aber das ist ja egal. Ich mein, ob da jetzt ein, zwei in Werthewalds, das dauert nicht so lange. Aber dieses Enderperlen suchen an sich, das dauert halt so ewig. Weil nicht jeder Enderman an sich. Weil nicht jeder Enderman an sich.